Kannst du dich noch erinnern an den ersten echten Abschied von deinen Eltern und wie traurig und ängstlich du damals warst, als du dich das erste Mal alleine zurechtfinden musstest in einer neuen Umgebung mit neuen Menschen? Kennst du das Gefühl noch? Das Gefühl, das du damals hattest, als du dich zum ersten Mal getraut hast vor vielen Menschen zu reden? An den ersten echten Streit? An die Wut und die Enttäuschung? An das Gefühl, als du das erste Mal von weit oben runterspringen wolltest und wie unmöglich dir das damals vorkam? An den ersten Wettbewerb und wie dich der Ehrgeiz gepackt hat? An das Gefühl, als du dich zum ersten Mal als Teil der Gruppe wahrgenommen hast? Kannst du dich noch erinnern an dein erstes eigenes Projekt? An die Neugier, die Freiheit, die Unbekümmertheit? Wir können uns erinnern, denn bei all diesen ersten Malen waren wir Pädagoginnen und Pädagogen dabei. Scheinbar so selbstverständlich und doch so unheimlich wichtig. Wir haben dich begleitet und dich unterstützt, zu dem zu werden, wer du heute bist. Weil diese Zeit für uns alle so wichtig ist, braucht es mehr Aufmerksamkeit für unsere Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen. Mehr Zeit für jedes einzelne Kind. Mehr Raum. Mehr Geld. Was sind dir, Krabbelstube, Kindergarten, Hort und die Menschen, die täglich für unsere Kinder da sind wert? Wenn wir wieder zusammen! Also GN- Wisstück We're together again